Ich weiss nicht, wie ihr das habt. Ich schaue noch gerne Filme. Aber es gibt Filme, die sagen mir nichts. Gewisse Genres sind mir zu ruht, gerade da das blutrünstige Zeug. Tüchtmäßig für andere Leute. Zum Beispiel, zum Beispiel Filme. Viele Müll, man fragt sich, was das soll, und wer das will, und wenn das gefällt, mir auf alle Fälle wird. Dabei ist das eine Riesenindustrie, das Zeug muss hungen wie einem Ohren von dem Genre, gibt sogar Subgenre. Zombie-Dramas zum Beispiel, wo die sozialen Komponenten von so einer Epidemie in den Vordergrund gerückt werden. Dann gibt es da die blöden Zombie-Komödie, wir öden die, ja, da töten die, ja, wie wär das etwas Lustiges wär. Nazi-Zombie-Filmen, als wär das eine oder das andere versichnet schon schlimm genug. Filmen mit Zombie-Tieren, Filmen mit Zombie-Kind, Zombie-Tini, Liebesfilmen, sogar Zombie-Pornos gibt's. Kein Witz. Von letztem habe ich doch gleich mal so einen Zombie-Film geschaut. Flümen hat ihn berühmen. Dann müssen wir es mal gesehen haben. Gut, wir müssen es gesehen haben, Flümen ist jetzt nicht gerade ein Koryphä, weil es einen guten Geschmack hat. Dafür kann er aber schon mitreden, er sieht selber aus wie ein Zombie, ähnlich gläsigen Blick, angänglich wegen der Blütenstauballergie, wo ich immer wusste, was für Blüten. Ändlich schlechte Zänge, ähnlich schlechter Teng und macht auch endlich ein bisschen Geräusch. Putzer, Mein Mensch, ich hab dich mauer noch ver mal kann ... ... Das ist das Haute. Das ist das Haute-Heinigar. Das musst du sehen. Hast du voll den Geschmack? Da kackst du jetzt ab, da gehst du die Scheisse ab. Ich sage dir, das ist TV-D. Schau, da nimmst du das TV-D. Geht mit, schaust du das TV-D. Mal Zeit. Gehst du mir das drüben? Hat es mir geschaut? Hat mir das Wunder, wie es dir gefallen hat? Sagst du mir das? Ist es gut? Ist es gut? Ja, es ist schon gut früher. Merci für den Titel. Lass es euch. Ja, ich will es sagen. Ein Gruss. Zuhause durch die TV-D, die wir früher haben, aufgenötigte, in meinen TV-Player und drücken Start. Ein paar junge Leute. Vor allem Frauen. Sie sind so am Wandern und am Lachen und der Summeleur im Wald. Und alle sehen sehr gut aus. Und Blumenduft und Sex liegt in der Luft. Und dann kann man sie so am Wald sehen. Und so, wuh, yeah, komm, wir gehen baden. Und dann sind sie sich alle abgefütteln, blot und gehen baden. Und ich denke so... Wo? Bis jetzt geht's. Aber kurz drüber kamen wir zu einer Hölle oder so einem Tunnel oder so. Und er hat so eine Türe. Und ich denke so, nein, hallo, die Fehler, die Finger weg. Gehst du dir wieder baden? Aber natürlich gehen sie nicht. Sie gehen reichen. Und dann finden sie dort so ein Labor. In diesem Labor so einen Schragen auf einem Schragen so eine Tote. Aber dann wird er plötzlich wieder lebig. Macht Geräusche wieder Flümen. Huuuuhhhh. Und dann fangen wir mal bei uns zu bereiten. Und alle Gäuss und ein Schragen Zeug. Aber dann können sie immer noch gruselig keine Bodden gehen und flüchten aus dem Labor raus. Und die, die ein Spissen wurde, sehen schon gleich nicht mehr so gut aus. So ein bisschen Bleichi ist sie und Käse. Und sie tut mir auch ein bisschen leid. Und es nimmt mich dann schon unter, ob es ihr später wieder besser geht. Und drücken mal ein paar Kapiteln weiter. Voila. Zusammenhang verloren. Szene in einem Hotelzimmer. So ein Typ nur in der Unterwäsche. Aber verdammt schwer bewaffnet. Steht im Fenster und blöselt so zwischen dem Störchen raus. Dessen auf dem Parkplatz. Ein paar Zombie-Virus. Infizierte, orientierungslosende Summenwanken. Im Hintergrund des Hotelzimmers auf dem Bett. Liegt noch eine von den Schauspielerinnen vom Anfang. Die hat gestrubelt. Sie schlaufen schwer und schwitzt wie am Ohren. Der vor dem Fenster so. Ich bringe sie raus, Babe. Ich will sie bringen sie raus. Das macht er mal keiner Hoffnung. Einen guten Mann denke ich so. Und natürlich habe ich wieder recht. Weil in diesem Moment hockt ich hinten auf dem Bett auf. Mit dem Ruck und geht auf einen ins Tor. Und dann kommt spannende Musik. Dann wird es ein bisschen grusig. Und dann zieht seine Hose aus der Unterhose. Und dann brä 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 brä. Und dann mit der Kadenz von 600 Schuss in Minuten. Und dann mögen sie schluckt und nachden. Und dann brä 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 bräad. Und ich nehme mich die Fernbedienung. Und ich stelle um den Fernsehaken. Sörtige Schraut. Dann gehe ich liegen. Ich schlafe schlecht, weil ich träume schlecht. Eine Horde der Zombiemodels und der Flüge nur in den Unterhosenflabotten und meine Träume und wollen mich alle beissen. Am Morgen habe ich einen solchen Ring, der unter den Augen ringen und überhaupt keine Lust auf den Morgen. Ich schaue trotzdem mal den Kühlschrank auf, schaue ich und sehe einen Rest der Kackens vom Znachtweg gehörten. Nach Kaffee, Zigarette und Aspirin wird es noch besser. Ein bisschen später nehme ich im Flügel sein DVD zum DVD-Player aus und kenne sie die Küder. Das ich muss gar nicht meinen. Schliesslich hat mir den Whalerrider und Titanic nie zurückgegeben. Danke.